Der schlauste Mann der Welt von Andreas Eschbach Es liest Matthias Köberlin Eine der Frauen, die im Laufe meines Lebens das Bett mit mir geteilt haben, sagte einmal zu mir, ich sei wahrscheinlich der schlauste Mann der Welt. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob sie das wirklich als Kompliment gemeint hat. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es stimmt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber ich will im Folgenden über mein Leben berichten. Und dann können Sie ja selbst urteilen. Wo fange ich an? Egal. Ich kann hier und jetzt anfangen. Hier und jetzt sitze ich auf der Terrasse meiner Suite im Hotel Rosenpalais, von der aus man eine fantastische Aussicht über die Stadt hat. Das Wetter ist herrlich, ein mildes Lüftchen weht, nicht zu kalt und nicht zu warm. Von der fantastischen Aussicht mache ich im Moment allerdings keinen Gebrauch, weil ich einen Computer vor mir habe, in dessen Bildschirm ich mich spiegle, während ich schreibe. Mir gegenüber ist der Etagenkellner damit beschäftigt, auf einem Tischchen einen Imbiss aufzubauen. Ich erspähe ein Stück Kuchen mit Schlagsahne, einen Korb mit frischen Brötchen, eine Schale mit Obst, goldgelben Orangensaft im Glas. Auf einem Teller liegen Lachs, ein paar Scheiben Avocado, Käse, Schinken, dazu Butter und Sahne-Meerrettich in weißem Porzellan. Eine kleine Kanne Kaffee steht da und ein Glas Champagner. Der Kellner gibt sich spürbar Mühe, alles so schön wie möglich für mich anzurichten. Ich hingegen gebe mir keinerlei Mühe für ihn, sondern sitze einfach nur hier in meinem Sessel und schreibe, um endlich einen Anfang zu haben. Würde uns jemand zusehen, er würde den Eindruck haben, dass ich den Kellner gar nicht beachte. Doch das stimmt nicht. Ich beobachte ihn durchaus, aber unauffällig. Er ist recht jung, noch keine 30, würde ich behaupten. Wirkt tüchtig, gut ausgebildet und serviceorientiert, im besten Sinne des Wortes. Ein nützliches Glied der Gesellschaft also. Ich hingegen bin faul, frei von Begabungen oder besonderen Fähigkeiten und kreise ganz und gar um mich und meine persönlichen Bedürfnisse. Ich bin, kurz gesagt, völlig unnütz. Aber ich werde es sein, der sich nachher an diesen Tisch dort setzen und all die Köstlichkeiten essen wird, während der tüchtige junge Mann das Hotel nach Dienstende hungrig verlassen wird, um nach Hause in eine bescheidene Unterkunft zu gehen, weil er sich, schlecht bezahlt, wie Hotelangestellte es nun einmal sind, Besseres nicht leisten kann. Wenn Sie das Gefühl haben, dass das etwas zu sagen hat, liegen Sie genau richtig. In gewisser Weise haben wir damit das Thema dieses Buches en miniature. Guten Appetit, Herr Leunig, sagt er zum Abschluss. Lächelt freundlich und so, als ob es ihm wirklich Spaß gemacht hätte. Vielleicht hat es das sogar. Heutzutage sind die Leute geizig, auch in Hotels dieser Klasse, sodass er womöglich nicht allzu oft Gelegenheit hat, einen so aufwendigen Tisch anzurichten. Ich bin nicht geizig. Ich habe keinen Grund, es zu sein. Ich habe schon ewig kein selbstverdientes Geld mehr ausgegeben. Wieso also sollte ich geizen? Auch diese Hotelrechnung wird am Ende jemand anderes bezahlen. Anbei bemerkt. Ich sage nur kurz, danke. Bestimmt klingt es beiläufig. Wahrscheinlich sogar herablassend. Ich habe mich im Verdacht, dass ich mir im Laufe der Jahre einen gönnerhaften Tonfall angewöhnt habe und es schon gar nicht mehr bemerke. Wenn das der Fall sein sollte, dann ist es nicht passiert, weil ich mich für etwas Besseres halte als Menschen, die wirklich arbeiten. Das ganz bestimmt nicht. Sondern weil diese Haltung und dieser Tonfall besser funktionieren. Schrecklich viele Menschen lächzen geradezu danach, jemanden zu dienen oder jemanden anhimmeln zu dürfen, von dem sie denken, er sei etwas Besseres als sie selbst. Auf dieser Grundlage funktioniert Aristokratie. Ich habe im Lauf meines Lebens viele Aristokraten kennengelernt und die meisten waren strohdumme, faule Nichtstuer, deren einzige Fähigkeit darin bestand, bei den Menschen in ihrer Umgebung keinerlei Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass sie etwas Besseres seien. Vermutlich ließe sich der Zustand der Welt insgesamt aus diesem eigenartigen Bedürfnis herleiten. Ein interessanter Gedanke, dem ich gerne noch nachhängen würde, aber wie soll ich sagen, ich werde nicht die Zeit haben, diese Überlegung weiter zu vertiefen, denn nach Stand der Dinge werde ich in zehn Tagen tot sein und deswegen beschäftigen mich andere Fragen gerade weitaus mehr. Der Etagenkellner ist gegangen, ich bin wieder für mich. Es ist ein schöner Moment. Man könnte mich jetzt fotografieren, wie ich in diesem Sessel sitze, den kleinen Computer auf den Knien und bekäme ein für Werbezwecke ideal geeignetes Bild. Ein gut gekleideter älterer Herr vor atemberaubendem Stadtpanorama, vor üppigen Blumen einen verschwenderisch gedeckten Tisch neben sich. Wenn ich von hier aus den Blick nach links wende, sehe ich durch das Geländer hinab auf einen weitläufigen, mit wunderschönen Mustern ausgelegten Platz. Menschen überqueren ihn zielstrebigen Schrittes, die einen von links nach rechts, die anderen in der entgegengesetzten Richtung. Keiner von ihnen ahnt, dass ich hier oben sitze und sie beobachte. Keiner ahnt, dass ich in zehn Tagen sterben werde. Ich weiss noch nicht wie, aber es könnte gut sein, dass ich dort unten ende, mitten auf dem weitläufigen, wunderschönen Platz, zerschmettert, als ekliger, blutiger Brei, den andere fleißige Menschen, andere nützliche Glieder der Gesellschaft werden wegputzen müssen. Dann werde ich zum letzten Mal völlig nutzlos und allen eine Last gewesen sein, Man wird sich fragen, wieso ich das getan habe, sich keinen Reim darauf machen können. Darum schreibe ich diese Erinnerungen hier. Die werden zwar auch niemandem nützen, aber zumindest werden sie ein paar Antworten geben. Noch zehn Tage. Es ist halb elf. Ich habe, wie immer, ausgiebig gefrühstückt und sitze nun in der Hotellobby, habe meinen Computer auf dem Schoß und merke, dass ich nicht recht weiß, wie ich anfangen soll. Ein paar erste Versuche habe ich wieder gelöscht, aber das werde ich nicht mehr machen. So viel Zeit bleibt mir nicht, als dass ich mir derlei erlauben dürfte. Also, wie beginne ich? Keine Ahnung. Irgendwie eben. Am besten, ich schreibe einfach drauf los. Dann wird sich schon alles finden. Das war immer so in meinem Leben. Ich pflege jeden Tag um diese Zeit in der Halle meines jeweiligen Hotels zu sitzen. Eine Tasse Tee neben mir, die mir ein aufmerksamer Angestellter bringt, der meine Gewohnheiten kennt. Auch das Zimmermädchen kennt meine Gewohnheiten und nutzt diese Zeit, meine Suite wieder tiptop in Ordnung zu bringen. In diesem Hotel hier war ich schon oft. Man könnte sagen, es zählt zu meinen Lieblingshotels. Ungewöhnlich ist heute nur, dass ich etwas tue. Normalerweise tue ich nämlich den Tag über nichts. Sind Sie dazu imstande? Nichts zu tun? Das glauben Sie vielleicht. Aber meiner Erfahrung nach halten das die wenigsten Menschen lange aus. Fünf Minuten still auf einem Stuhl zu sitzen und nichts zu reden, nichts zu denken, nichts zu tun, überfordert die meisten schon. Eine Stunde faul auf einem Liegestuhl liegen, ohne ein Drink zu schlürfen, dummes Zeug zu reden oder Frauen hinterher zu blicken und sich vorzustellen, wie es wäre. Ja, das braucht richtig Übung. Ich habe lange gebraucht, bis ich es konnte. Aber wenn man muss, kann man vieles. Und ich musste ja. Ah, das könnte ein guter Einstieg in die Geschichte meines Lebens sein. Ja, hier werde ich anfangen. Also, es gibt ein anderes Wort für Nichtstun. Ein sehr schönes, ehrfurchteinflößendes, gesellschaftlich ganz und gar akzeptiertes Wort. Meditation. Verblüfft Sie das? Ich versichere Ihnen, es stimmt. Meditation ist nichts anderes, als dazusitzen und absolut nichts zu tun. Es ist die Kunst des Nichtstuns. Eine heilige Kunst, wie manche meinen. Aber wie ich schon sagte, es ist tatsächlich schwierig, wirklich nichts zu tun. Furchtbar schwierig. Und in diesem Fall ist das Wort furchtbar absolut angebracht. Die Gammler, die Faulpelze, die sogenannten Sozialschmarotzer oder wie immer man diejenigen nennt, die nur herumsitzen und nichts tun, tun in Wirklichkeit ja nichts. Im Gegenteil. Solche Leute tun eine Menge. Und das die ganze Zeit. Sie quasseln, sie rauchen, sie spielen Karten, sie pfeifen sich irgendwelche Drogen rein. Sie versuchen, jemanden ins Bett zu kriegen. Sie streifen umher auf der Suche nach Ablenkung, Beschäftigung, Unterhaltung und das unablässig. Die Arbeitslosen und die Unterschicht sind die besten Kunden der Unterhaltungsindustrie. Die willigsten Abnehmer für Flachbildfernseher, Fernsehshows und Computerspiele, wenn sie irgendwo das Geld dafür auftreiben. Tage, die betun nicht nichts. Sie tun nur nichts Produktives. Das ist es, was man ihnen übel nimmt. Deshalb haben sich die Gurus und Weisheitslehrer aller Zeiten allerlei Methoden ausgedacht, die es leichter machen, wirklich nichts zu tun. Zum Beispiel den Atem zu beobachten, eine bestimmte Position einzunehmen, ein Mantra zu wiederholen und so weiter. Braucht man alles nicht, wenn man imstande ist, einfach nichts zu tun. Also faul zu sein. Und das bin ich. Ich setze mich hin und tue nichts. Ich lese keine Tageszeitung. Ich halte nicht Ausschau nach irgendetwas oder irgendjemandem. Ich schmiede keine Pläne. Ich träume nicht von vergangenen Tagen und ich versuche auch nicht, mir Kommende auszumalen. Es ist mir gelungen, einen Grad an Faulheit zu entwickeln, der all das nicht mehr erforderlich macht. Ich weiß, dass man Faulheit gemeinhin für etwas Unanständiges, Verächtliches hält. Aber nach all den Jahrzehnten, die ich gebraucht habe, um es darin zur Meisterschaft zu bringen, kann ich kaum noch nachvollziehen, wieso. Wieso denken alle, es sei etwas Gutes, tüchtig und produktiv zu sein? Unfug. Es ist der Tüchtige, der all die schönen Bäume fällt, der Äcker in die Landschaft pflügt und der sich in die Tiefen der Erde wühlt, auf der Suche nach Bodenschätzen, um Dinge daraus herzustellen. Die allertüchtigsten erfinden Maschinen, um Bäume noch schneller zu fällen, unberührtes Land noch schneller in Äcker zu verwandeln, noch mehr Bodenschätze zu fördern und noch schneller noch mehr Dinge daraus zu machen. Dinge, die ihre Benutzer möglichst bald wieder auf den Müll werfen sollen, damit man ihnen neue Dinge verkaufen kann. Es sind die Tüchtigen, die unseren schönen Planeten nach und nach in eine Müllhalde verwandeln. Es sind die Fleißigen, die uns in den Untergang treiben. Faulheit, habe ich erkannt, ist eine Tugend. Der normale Bürger, einer westlichen Industrienation, so sagt man, besitzt etwa 10.000 Dinge. Ich dagegen besitze nur, was in zwei handliche Koffer passt. Es handelt sich um lauter Gegenstände, die entweder von hervorragender Qualität sind oder die mir so viel bedeuten, dass ich sie um mich haben will. Der größte Teil ist Kleidung. Der Rest ein paar Bücher, die mich so berührt haben, dass ich sie immer wieder lese und ein paar Erinnerungsstücke. Alles andere miete ich, könnte man sagen. Das ist die Art und Weise, wie ich seit über 30 Jahren lebe. Andere produzieren, ich konsumiere und bilde damit das notwendige Gegenstück. Andere sind fleißig. Ich bin faul und schiebe so das Gleichgewicht der Welt wenigstens ein bisschen weiter in Richtung Balance. Andere arbeiten, so viel sie können. Ich tue so wenig wie möglich. Meistens nichts und trage damit möglicherweise zu meinem Seelenheil bei. Denn Meditation gilt ja als der Weg zur Erleuchtung. Allerdings bin ich, ehrlich gesagt, auch zu faul, um mir Gedanken darüber zu machen, ob das wirklich so ist. Man wird sehen. Und das bald. Ändern kann ich ohnehin nichts mehr. Ich merke gerade, dass ich weiter ausholen muss. Mit Überlegungen wie diesen kann man nichts anfangen, ohne die Geschichte dahinter zu kennen. Ich mache es auch kurz und schmerzlos. Versprochen. Geboren bin ich in Deutschland. Wo und wann tut nichts zur Sache. Stellen Sie sich eine Vorortssiedlung vor, mit mittelprächtigen Reihenhäusern, in denen Angestellte wohnen. Kleine Beamte, hier und da ein Rentnerehepaar, das einen Kleinkrieg gegen lärmende Kinder führt. Stellen Sie sich Autos vor, wie Ihre Besitzer samstagvormittags unnötigerweise, aber stolz waschen und auf Hochglanz polieren. Dazu Jägerzäune, dröhnende Rasenmäher zur Unzeit, Streit um zu laute Musik aus Teenagerzimmern, Grillabende, die zu lustig werden. Dann haben Sie das Bild. Wir schreiben die 70er Jahre. Der Bundeskanzler heißt Helmut Schmidt. Die Bader-Meinhof-Bande sprengt Bankchefs in die Luft, was man damals noch empörend fand. Und in den Oberstufen der Gymnasien sind marxistische Ideen groß in Mode, auch wenn sie nicht wirklich verstanden werden oder vielleicht gerade deshalb. Und mitten darin ich. Ein mittelmäßiger Schüler, der auf ein mittelmäßiges Abitur zusteuert und dumpf ahnt, dass ihm danach Bundeswehr, Studium, Beruf, Heirat und ein mittelmäßiges bürgerliches Leben drohen. In dieser Reihenfolge. Keine Aussicht, die mich begeistert hätte. Bloß wusste ich keine Alternative. Ich kannte auch niemanden, der eine wusste. Außerdem hätte ich das alles sowieso klaglos akzeptiert, wenn ich nur eine feste Freundin gehabt hätte. Hatte ich aber nicht, weil ich nichts Besonderes war. Ich war nur ein magerer, unansehnlicher Jüngling mit Pickeln. Und ich hatte nicht mal ein Mofa, nur ein altes Fahrrad. Entsprechend begrenzt waren meine sexuellen Erfahrungen. Mein erstes Erlebnis in diesem Zusammenhang hatte ich mit einer Cousine, als ich in den Ferien bei Verwandten zu Besuch war. Beauftragt, mir die Umgebung zu zeigen, lockte sie mich in ein einsames Wäldchen, um mir dort, ungeschickt, aber fest entschlossen, einen von der Palme zu wedeln. Und zwar, wie sie mir danach erklärte, um nachzuprüfen, ob es stimme, was ihr eine Freundin erzählt hatte. Ich schlug vor, dass wir das ruhig öfter machen könnten. Aber sie meinte, so toll fände sie es nun auch wieder nicht. Dann, kurz nach meinem sechzehnten Geburtstag, zog mich im Trubel einer aus den Fugen geratenen Silvesterfeier ein dürres, betrunkenes Mädchen in ein dunkles Zimmer und über sich. Ein aufregendes Erlebnis und nicht schlecht, als erstes Mal, wie ich fand. Danach gingen wir ein paar Wochen miteinander und taten es noch weitere viermal. Aber dann machte sie Schluss mit der Begründung, sie habe das an Silvester sowieso nicht so ernst gemeint. Mir war es nicht Unrecht, denn ich fand sie, wenn ich ehrlich war, ziemlich hässlich und war mir nur nicht schlüssig gewesen, ob der Sex mit ihr das ausglich. Meine Anläufe, etwas mit Mädchen anzufangen, in die ich verliebt war, scheiterten hingegen allesamt kläglich. Dadurch hatte ich zwar genug Zeit, mich gründlich auf das Abitur vorzubereiten, doch es stellte sich heraus, dass meine mittelmäßigen Noten nichts mit mangelnder Zeit zu tun hatten. Bei der Musterung hieß es, ich sei Tauglichkeitsstufe 3, also bewarb ich mich gar nicht erst um einen Studienplatz, sondern wartete den Brief vom Bund ab. Der kam ewig nicht, und als er schließlich doch kam, war es zu meiner Überraschung eine Zurückstellung. Ein Fehler in der Organisation, was ich jedoch nur vermuten kann, denn ich war damals zwar noch nicht sonderlich schlau, aber so doof nun auch wieder nicht, dass ich nachgefragt hätte, wieso man mich nicht wollte. So kam es, dass ich auf einmal viel Zeit hatte. Einem gewissen Carsten Baumann aus der Parallelklasse, mit dem ich zusammen Physik AG gemacht hatte, war es ähnlich ergangen, und er hatte die Idee, nach Indien zu reisen. So viel Zeit am Stück haben wir nie wieder im Leben, erklärte er mir. Das muss man ausnützen. Nach Indien zu reisen, war damals angesagt. Alle coolen Leute machten Trips nach Indien, weswegen mir das nie in den Sinn gekommen war, denn die coolen Leute, das waren andere, nicht ich. Carsten sah das deutlich entspannter. Er hatte eine ältere Schwester namens Silke, die schon in Indien gewesen war, und er meinte, was Silke könne, das könnten er und ich auch. Ich meldete Zweifel an, mir das leisten zu können, aber die ließ er nicht gelten. In Indien, erklärte er, lebe man total billig. Wenn man erst mal da sei, reichten ein paar Mark für Monate, so habe es seine Schwester auch gemacht. Er bequatschte mich also und kurz darauf flogen wir von Frankfurt nach Bombay. Wir reisten mit einer arabischen Fluglinie, deren Maschine viel Platz bot und hervorragendes Essen. Das islamische Alkoholverbot schien an Bord keine Rolle zu spielen. Jedenfalls gab es zum Essen Wein und im Duty Free auch härtere Spirituosen. Leider, denn so konnte Carsten eine Flasche Whisky erstehen, mit dem Ergebnis, dass er bei unserer Ankunft in Bombay stockbesoffen war. Es war der totale Kulturschock für mich. Der Flughafen stank wie eine öffentliche Toilette. Mein Kumpel wie eine schottische Destillerie und an mir blieb es hängen, uns irgendwie durch den Zoll und in den Bus nach Goa zu befördern. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Ich erinnere mich nur, dass vor dem Ausgang des Flughafens ein Gewühl herrschte, wie ich es noch nie gesehen hatte. Buchstäblich Tausende von Menschen, die händefuchtelnd auf alle Neuankömmlinge einbrüllten, ihnen Taxis anboten oder Hotels oder Sex und das alles um sieben Uhr morgens. Ich erinnere mich an eine Fahrt in einem Taxi, dessen Tür nicht schloss, sondern mit dünnem, grünem Draht festgebunden werden musste, an Straßen voller Dreck und Bettler, an eine schier endlose Schlange vor einem Fahrkartenschalter, in dem ein gelangweilter Mann saß, der mich nicht verstand und den ich nicht verstand, an brütende Hitze und staubige Luft und an Horden von Fahrrädern, wildhubenden Rikschas und knatternden Mopeds. Aber irgendwie schafften wir es an Bord eines Busses, der sogar tatsächlich nach Goa fuhr, und unser Gepäck hatten wir auch noch. Die Fahrt dauerte ewig. Wir saßen eingepfercht zwischen dicken Hausfrauen, die unaufhörlich miteinander schnatterten, in einer Sprache, aus der ich nicht einmal einzelne Worte heraushörte, Kindern, die uns stundenlang anstarrten, Männern, die unentwegt seltsames Zeug kauten, Hühnern in zerbeulten Drahtkäfigen, Körben voller gammeliger Früchte, die ich noch nie gesehen hatte, und unglaublich voluminösen Koffern. Mal wurde mir schlecht, mal Karsten. Es ging über Schotterpisten, auf die sich in Deutschland nicht mal ein Traktor gewagt hätte, und es nahm und nahm kein Ende. Bis es dann doch ein Ende nahm, und wir da waren, in Goa, dem gelobten Land. Inzwischen war Karsten wieder nüchtern und schaffte es irgendwie, uns eine Hütte am Strand zu mieten. Vor dieser ließen wir uns atemlos erst einmal nieder und schauten lange einfach nur auf diesen weißen, unglaublichen Sand und diese unglaublichen Wellen und die unglaublichen Palmen und die unglaublichen Frauen, die all das bevölkerten und konnten unser Glück kaum fassen. Wie sich in solchen Fällen immer rasch herausstellt, war das Glück nicht so groß, wie es auf den ersten Blick den Anschein gehabt hatte. Die Frauen waren unglaublich, das stimmte, aber wir beide waren nicht cool genug, als dass sie sich mit uns abgegeben hätten, denn es gab jede Menge andere, viel coolere Männer mit längeren Haaren, breiteren Schultern und lässigerem Auftreten. Nach ein paar Tagen hing mir das alles, das Baden im Meer, die allgegenwärtigen Moskitos und das Gefühl, unsichtbar zu sein, zum Hals heraus. Und ich blieb einfach in unserer Hütte, pflegte meinen Sonnenbrand und tat mir leid. Karsten dagegen zog herum und fand einen Dreh, doch noch cool zu werden. Er stieg nämlich in den Handel mit Marihuana ein oder, wie man es damals nannte, Gras. Wer Haschisch anzubieten hatte, der kriegte die Mädchen, auch ohne wie ein Surfer auszusehen. Von mir erwartete Karsten in solchen Fällen die Hütte zu räumen und irgendwo zu warten, bis die beiden wieder herauskamen. Das Mädchen mit einer Tüte in der Hand und er mit einem satten Grinsen auf dem Gesicht. Gerade als ich mal wieder an der Theke der Strandkneipe über einer Cola saß, die ich auszudehnen gedachte, bis Karsten seinen neuesten Deal abgeschlossen hatte, setzte sich eine Frau neben mich, die um die dreißig war, aus Sicht eines achtzehnjährigen, also steinalt. Sie hatte lange, staubraune Locken, Falten um die Augen und ein dünnes Batikkleid am Leib und aus irgendeinem Grund ignorierte sie mich nicht, wie alle anderen, sondern wollte wissen, woher ich käme und wie ich hieße. Ich gab die gewünschten Auskünfte und erfuhr, dass sie Gerti hieß und aus Österreich kam, genauer gesagt aus Wien, und dass sie in Indien war, um über ihre Scheidung hinwegzukommen. Goa, erklärte sie, sei nur die erste Station. Ihr eigentliches Ziel sei ein Ashram weiter im Norden. Aha, sagte ich. Sie wollen zu diesem Guru, wie heißt der? Bhagwan? Mmh, bloß nicht, winkte Gerti ab. Dort gehe jeder hin, das sei nichts für sie. Aber ob ich schon mal von Swami Navren gehört hätte? Nein, gestand ich, worauf sie mir in aller Ausführlichkeit erzählte, wie sie mit diesem Meister in Kontakt gekommen war, über eine Bekannte in Salzburg nämlich, die schon mehrmals zu Füßen des Swami gesessen hatte, von ihm gesegnet worden sei und der es seither richtig gut ginge, und wie wunderbar es sein würde, ihn zu sehen und sich seinen Lehren zu öffnen, wie es sie spirituell weiterbringen würde, wie die Weisheit der Fäden ihr helfen würde, die Illusionen der Zivilisation zu durchschauen und so weiter. Irgendwann muß ihr aufgefallen sein, dass ich schon lange nicht mehr zu Wort gekommen war, denn sie brach mitten im Satz ab und wollte wissen, was mich denn nach Indien gebracht hätte. Mein sogenannter Freund Carsten, sagte ich und klagte ihr mein Leid, dass Carsten alle Mädchen abkriegte und ich keines, weil er mit Hasch um sich werfen konnte, während ich nicht mal wußte, woher er das Zeug überhaupt hatte, und dass ich mir die Reise nach Indien eigentlich anders vorgestellt hätte. Daraufhin musterte sie mich von oben bis unten und meinte, es zwingt dich doch, niemand zu bleiben. Komm einfach mit mir in den Aschram. Du wirst sehen, das wird dein Leben völlig verändern. Damit sollte sie Recht behalten, wenngleich weder sie noch ich in diesem Moment hätten ahnen können, wie sehr. Ich weiß nicht, zierte ich mich wie die Jungfrau, die ich im Prinzip war. Ich hatte durchaus Lust, mehr von Indien zu sehen, als nur den unglaublich weißen Sand und die unglaublichen Wellen und Palmen von Goa. Ich hatte nur Schiss, mich alleine auf den Weg zu machen. Wie viel Zeit hast du denn? fragte sie. Wann geht dein Rückflug? In vier Wochen, sagte ich. Mir graute bei der Vorstellung, es noch so lange hier mit Carsten und seinem Potenzmarathon aushalten zu müssen. Das ist mehr als genug Zeit, meinte Gerti. Ich fahre morgen früh mit dem Bus um neun. Wenn du willst, es sei einfach an der Haltestelle, dann fahren wir gemeinsam. Sie lächelte. Wäre mir ehrlich gesagt sogar ganz recht. Ich würde lieber nicht alleine fahren. Da sich Carsten in dieser Nacht gar nicht mehr blicken ließ, schrieb ich ihm einen Zettel, dass ich mir noch ein wenig das übrige Indien ansehen wolle und wir uns ja zum Rückflug in Bombay treffen würden. Dann packte ich, war pünktlich am Bus und fuhr mit Gerti nach Norden. Inzwischen sitze ich wieder auf meiner Dachterrasse im Schatten eines breiten, dunkelgrünen Sonnenschirms und blicke über die Stadt. Kurz vor Mittag bin ich auf mein Zimmer gegangen, um mich umzuziehen. Anschließend habe ich im Restaurant gespeist. Ich habe mir das Mare-Menü gegönnt und ich muss sagen, das Filet vom weißen Heilbutt in Nussbutter gebraten mit Steinpilz, Cannelloni, Röstzwiebeln und Champagneraufguss war ein Gedicht. Gerade eben hat sich ein Spatz auf die Brüstung gesetzt und schaut mich nun aus dunklen Knopfaugen an, als wolle er sagen, aber wie ging es denn weiter damals in Indien? Das will ich nun erzählen, auch wenn der kleine, braungefleckte Vogel nicht geblieben ist. Gerti und ich reisten also nach Norden, in einem Bus, in dem es so ähnlich zuging, wie ich es auf der Heerfahrt erlebt hatte. Doch die zwar melancholische, aber offenherzige Gerti war eine wesentlich angenehmere Reisebegleitung als der volltrunkene Karsten. Zudem kannte sie sich aus und wusste, wie man abends eine Bleibe fand, denn natürlich war die Fahrt nicht an einem einzigen Tag zu bewältigen. Dafür war Indien ein viel zu großes Land mit viel zu schlechten Straßen. Abgesehen davon, dass mir die Zeit dazu fehlte, brächte es auch wenig, unsere Reise in allen Details zu schildern. Wir gelangten jedenfalls zum Ashram des besagten Swami Navrin, entrichteten den Obolus, den man von Wahrheitssuchern erwartete, und reihten uns ein unter jene, die gekommen waren, den Worten des Swamis zu lauschen. Gekommen waren die meisten übrigens aus Europa und den USA. Und so wurde es Gerti nach ein paar Tagen zu westlich. Wir zogen also weiter und klapperten im Lauf der folgenden Wochen noch eine ganze Reihe von Ashrams, Swamis, Gurus und Yogis ab, deren Namen ich beim besten Willen nicht mehr alle zusammenbrächte. Und wozu auch? Denn sie erzählten, wenngleich mit verschiedenen Worten und in mehr oder weniger verständlichem Englisch, alle mehr oder weniger dasselbe. Zum Beispiel, dass die Grenzen unserer Vorstellung auch die Grenzen unserer Möglichkeiten sind. Nichts engt uns so sehr ein wie das, was in unserem Kopf stattfindet. Das fand ich irgendwie einleuchtend, allerdings wenig hilfreich. Zum Beispiel, dass man sich von Besitz freimachen soll. Denn nicht wir besitzen die Dinge, die uns gehören, sondern die Dinge besitzen uns und machen uns zu ihren Sklaven. Von allen Weisheiten, denen ich in diesen Wochen begegnete, hat mich diese am nachhaltigsten beeindruckt. Ja, und dann wollten sie immer, dass man meditierte. Ich hatte nie das Gefühl, zu kapieren, wie man das machte und was das bringen sollte. Für mich sah es einfach verdammt so aus, als sei meditieren dasselbe wie herumsitzen und nichts tun und sich dabei toll erleuchtet vorkommen. Heute ist mir klar, dass ich das durchaus richtig erkannt hatte. Wobei man das, mit dem sich toll erleuchtet vorkommen, ohne weiteres weglassen kann. Herumsitzen und nichts tun reicht völlig. Was, wie gesagt, eine hohe Kunst ist, die nur wenige Menschen beherrschen. Auch die Zeit mit Gerti und ihren Gurus verging und irgendwann hieß es, sich von beiden zu verabschieden. Den Gurus machte es nichts aus, Gerti vergoss immerhin eine kleine Träne. Und dann saß ich in einem Bus zurück nach Bombay, der gefühlt hundert Jahre unterwegs war. Wobei, wäre es nach mir gegangen, es gerne noch einmal hundert Jahre hätte dauern dürfen. Denn, was erwartete mich schon, wenn ich wieder nach Deutschland kam? Nichts, dem ich frohen Herzens entgegengesehen hätte. Im Gegenteil hatte ich das Gefühl, auf ein schwarzes Loch zuzufahren. Das war's jetzt, sagte ich mir düster, als ich schließlich alleine, denn Carsten war, anders als verabredet, nicht aufgetaucht, in Bombay vor dem Check-In-Schalter stand. Ich hatte versucht, die Freiheit und das wahre Leben zu finden. Aber mein Versuch ging nun zu Ende, ohne dass ich auch nur eins von beidem gefunden hätte. Sah man mir das an? Erhörte mich Gott? Ich weiß es nicht. Doch wie ich da so schicksalergeben in der Schlange wartete, sprach mich plötzlich ein Mann an, ein Inder, der kaum älter war als ich, aber einen wichtig aussehenden Anzug trug. Er sprach Englisch, vergewisserte sich, dass ich ebenfalls dieser Sprache mächtig war und fragte mich dann, ob ich wirklich absolut dringend auf diesen Flug angewiesen sei oder unter Umständen bereit wäre, mein Platz an Bord einem Mr. Gupta zu überlassen, seinem Chef. Mr. Gupta habe nämlich extrem dringende Geschäfte zu erledigen und müsse dafür unbedingt diese Maschine nehmen und keine andere. Ich begriff, dass ich nicht wie jemand aussah, der irgendwo dringende Geschäfte zu erledigen hatte und wie alle Leute, die mit dringenden Geschäften nichts zu tun haben, besaß ich auch null Verhandlungsgeschick. Wie soll das gehen? fragte ich zurück. Ich hab mein Ticket doch schon, ich weiß nicht, ob man das umtauschen kann. In dem Moment hielt ich das für eine gute Ausrede, um nicht gerade heraus Nein sagen zu müssen, was mir damals noch wie den meisten Menschen unangenehm war. Kein Problem, Sir, erwiderte der junge Mann. Es verblüffte mich kolossal, dass er tatsächlich Sir zu mir sagte. Sie bekommen von uns einen anderen Flug, erster Klasse selbstverständlich. Es kann ein, zwei Tage dauern, weil gerade alle Flüge ausgebucht sind, aber wir würden sie bis dahin auf Kosten von Mr. Gupta im besten Hotel Bombay's unterbringen. Ich fühlte mich auf einmal in die Enge getrieben. Konnte das ein ernst gemeintes Angebot sein, oder war es eine Art Abzocke, von der ich nur noch nie gehört hatte? Einzig aus diesem Grund zögerte ich, aber ich vermute, der junge Assistent des reichen Mr. Gupta mit den dringenden Geschäften hielt mein Zögern für Verhandlungstaktik. Also im Prinzip wand ich mich auf der Suche nach einem anständigen Ausweg aus dieser Klemme, müsste ich nicht unbedingt diesen Flug nehmen und das mit dem Hotel und so weiter wäre auch okay, aber ehrlich gesagt, ich kann mir das nicht leisten. Ich war jetzt wochenlang unterwegs, meine Reisekasse ist aufgebraucht und ich muss ja was essen, bis das mit dem Ticket klappt und das kostet in so einem Hotel sicher viel. Nein, nein, unterbrach mich mein so edelbeanzugter Altersgenosse geradezu entsetzt. Selbstverständlich hält Mr. Gupta sie frei. Sie gehen einfach ins Hotelrestaurant oder in die Hotelbar und essen und trinken, was sie wollen. Sie brauchen nur die Rechnung zu unterschreiben, das übernehmen wir alles. Bloß für einen Flug, wunderte ich mich. Es geht um ein Millionengeschäft, beteuerte er. Das war, daran sei er erinnert, Ende der Siebziger, in einer Zeit also, als eine Million noch viel Geld war. Bitte sehr, was sagen Sie? Ich sah ihn an. Er war, wie gesagt, etwa in meinem Alter und er schwitzte. Ich sah mich selber in Bälde auch irgendwo schwitzen, um die blödsinnigen Wünsche eines blödsinnigen Chefs zu erfüllen. Eigentlich eher aus Mitleid mit ihm nickte ich und erklärte, okay, von mir aus, ich hab's nicht eilig. Man konnte beinahe hören, wie ihm ein riesiger Stein vom Herzen fiel, und ich sagte mir, dass ich damit wohl meine gute Tat für diesen Tag vollbracht hatte. Er zog mich aus der Schlange, schleppte mich zum Ticketschalter und begann, in einem mir unverständlichen Slang auf die Frau dahinter einzureden. Je länger das ging, desto mehr beschlich mich ein ungutes Gefühl, aber es war zu spät. Die Frau zog einen Berg von Formularen hervor, die ich alle brav unterschrieb, mit dem sicheren Gefühl, dass ich es bereuen würde. Danach dirigierte mich der junge Mann hurtig mitsamt meiner Umhängetasche zu einem Taxi, in dem ein Mann mit Turban saß. Diesem gab er mit verblüffend befehlsgewohnter Stimme eine Reihe von Anweisungen, die in den Worten endeten Palace Hotel. In einem letzten aussichtslosen Versuch, die ganze Sache doch noch abzubiegen, rief ich aus, ich muss aber meine Eltern anrufen, die machen sich sonst Sorgen. Er sah mich an, mittlerweile etwas genervt, wie mir schien. Ihr Zimmer hat selbstverständlich Telefon, erwiderte er. Die Rezeption wird die Verbindung herstellen. No problem. Damit schob er mich mitsamt meiner Tasche auf den Rücksitz, schlug die Tür zu und das Taxi fuhr los. No problem? Ich hatte sehr wohl ein Problem. Ich hatte mich reinlegen lassen, sagte ich mir. Ich wusste nicht mal, wie dieser angebliche Geschäftsmann aussah oder wie ich ihn erreichen oder haftbar machen konnte, falls er den Deal platzen ließ. Seinen Flug hatte er ja jetzt und was aus mir wurde, konnte ihm egal sein. Womöglich, durchfuhr es mich glühend heiß, würde man mich einfach ermorden und auf irgendeiner indischen Müllkippe abladen und niemand würde je erfahren, was aus mir geworden war. Aber, oh Wunder, Gottes Gnade ruhte auf mir, denn alles geschah genau so, wie der junge Mann es versprochen hatte. Das Taxi setzte mich vor einem überaus luxuriös aussehenden Palace Hotel ab, wo mich ein älterer Mann mit Turban und eine in einen edlen Sari gekleidete Frau erwarteten. Es waren Angestellte des Hotels, die bereits Bescheid wussten und mich mit Namen und viel Namaste begrüßten, als wäre ich mindestens ein Rockstar. Dann geleiteten sie mich in Räume, die mich schlicht umwarfen. Ich sah prächtige, geschmückte Wände und Decken. Ich sah Marmor und Gold und dunkles Holz. Ich sah seidenbespannte Möbel und kunstvoll geschnitzte Fensterläden, die nur gerade so viel Licht einfallen ließen, dass alles in zauberhafte Dämmerung gehüllt war. Und das, begriff ich nur mühsam, war nicht die Hotelhalle. Das war mein Zimmer. Ich konnte es nicht fassen. Gut, dass sie mich allein ließen und nicht sahen, wie ich mich aufführte. Wie ein Idiot nämlich. Ich warf mich aufs Bett. Ich setzte mich in jeden Sessel und von denen gab es so viele, dass ich damit reichlich zu tun hatte. Ich öffnete jeden Schrank und jede Schublade, fand ein Safe und einen Kühlschrank mit Getränken darin. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Minibar sah. Ich kannte damals noch nicht einmal das Wort. Und nach kurzem Zögern, wenn dieser ominöse Mr. Gupta wirklich für alle Kosten aufkam, hatte ich ja kein Problem. Und wenn nicht, dann sollte die Rechnung am Ende wenigstens so hoch sein, dass das Hotel ein Problem hatte. Nahm ich eine Cola heraus und trank sie fast in einem Zug. Besser hat mir Cola nie geschmeckt. Dann drehte ich an allen Wasserhähnen im Bad, pinkelte zum ersten Mal seit Wochen wieder in eine normale Toilette. In den Absteigen, die ich bis dahin frequentiert hatte, hatte es immer nur diese schrecklich müffelnden Sitzaborte über unergründlichen Löchern gegeben und kehrte schließlich ins Wohnzimmer zurück, um mich durch sämtliche Kanäle des riesigen Fernsehapparats zu schalten. So wirklich begriff ich es immer noch nicht. Aber es gefiel mir und wie es mir gefiel. Auf eine merkwürdige Weise kam es mir vor, als hätte ich endlich genau den Ort erreicht, nachdem ich in Indien dem Land der Mystik in Wahrheit besucht hatte. Ja, wenn ich an diesen Tag zurückdenke, dann ist mir, als hätte ich mich in dieser luxuriösen Suite sofort wie zu Hause gefühlt. Und zwar weitaus mehr, als ich mich zu Hause je zu Hause gefühlt hatte. Ich fand einen Leinsack, an dem ein Zettel hing, der erklärte, man könne schmutzige Wäsche hineintun, die dann gewaschen werde, wenn man den Sack vor die Tür stelle. Prima, dachte ich. Schmutzige Wäsche hatte ich jede Menge. Ich stopfte sie ohne Zögern in diesen Sack und gerade, als ich ihn vor die Tür legen wollte, kam schon ein Mann des Wegs, der ihn mit sehr vielen, sehr devoten Verbeugungen davontrug und immer wieder rief »Three hours! Three hours!« Anschließend nahm ich ein langes, ausgiebiges Bad mit viel heißem Wasser und einer Menge bunten, duftenden Schaumzeugs. Ich wusch mir den Dreck von vier Wochen auf indischen Straßen vom Leib, und als ich, in einen eleganten Bademantel gehüllt, aus dem Tempel der Reinheit trat, fühlte ich mich wie neu geboren und genauso hungrig. Mich wie ein Millionär, wie ein Prinz, ach was, wie ein König fühlend, trat ich an die Schränke und kleidete mich in so ungefähr die letzte saubere Garnitur, die ich besaß. Ich hatte einen Satz frischer Unterwäsche aufgespart, die ich vorgehabt hatte, auf der Flugzeugtoilette zu wechseln, kurz vor der Ankunft in Deutschland. Darüber zog ich eine helle, leichte indische Hose an und ein ebensolches Hemd. Beides hatte mir Gerti zum Abschied geschenkt, zur Erinnerung an Indien und unser gemeinsames Abenteuer. So ging ich in bester Stimmung über die ausladenden, prächtig verzierten Treppen aus dunklem Holz hinab. Ich erkundigte mich, wo man etwas zu essen bekommen könne und wurde an die Bar verwiesen. Dort herrschte überraschend reger Betrieb. Jede Menge junge Westler mit riesigen Reiserucksäcken belegten den größten Teil der Tische, rauchten wie die Schlote, nippten an Getränken und palawerten, dass man sich vorkam wie in einer Kneipe am Frankfurter Flughafen. All das überforderte mich. Ich suchte mir einen Platz an der Theke und fühlte mich nicht mehr ganz so königlich. Als mir der Mann hinter der Bar die Karte mit den Snacks reichte, bestellte ich nur ein Sandwich. Aber was für ein Teller da kam! Wenn das ein Sandwich war, dann wollte ich gar nicht wissen, wie die anderen Gerichte aussahen. Ich identifizierte eine Schüssel mit Dahl und einer mit Reis und allerlei Gemüse. Das meiste kannte ich nicht. Doch ich aß es dessen ungeachtet und mit großem Appetit. Und je mehr mein Hunger gestillt wurde, desto mehr hob sich meine Laune wieder. Und gerade, als ich von Cola auf Bier umgestiegen war, setzten sich zwei Mädchen zu mir an die Theke. Sie trugen grässliche, sackartige Klamotten aus gebartigtem Stoff, die so gut wie nichts von ihren Körpern erkennen ließen, was wahrscheinlich eine ganz kluge Strategie war für junge Frauen, die Indien alleine bereisten. Außerdem sprachen sie Deutsch, kamen aus München und hatten ein Zugticket nach Goa, wie ich erfuhr, als wir ins Gespräch kamen. Ihr Zug ging aber in die Nähe. Erfahrene Reisende erklärten sie, sie kamen in den Lobbys der besten Hotels, die sie finden konnten. All die Leute, die ich hier sah, waren demnach erfahrene Reisende, sagte ich mir und musste plötzlich lachen, weil das alles so absurd war. Und du? fragte die eine, die näher bei mir saß und die ich deutlich hübscher fand als ihre Freundin. Ich? sagte ich so lässig wie möglich. Ich reise einfach so herum. Jetzt behauptest du bestimmt gleich, dass du hier im Hotel wohnst, meinte sie und hatte entzückende Grübchen, wenn sie so argwöhnisch grinste. Grübchen, die gut zu ihren dichten, blonden Locken passten, wie ein Rauschgoldengel sah sie in diesem Moment aus, abgesehen von ihren grässlich-sackartigen Klamotten aus gebartigem Stoff, wie gesagt. Ja, in der Suite 501 erwiderte ich trocken. Sie lachte mich aus. Glaub ich dir nicht. So siehst du nicht aus. Mir egal, sagte ich und hob die Schultern, als sei es mir wirklich egal. Aber ich sah natürlich den Blick, den die beiden wechselten und der sehr danach aussah, als verständigten sie sich gerade darauf, dass ich ein hoffnungsloser Angeber sei. In dieser Situation tat mir der Barkeeper ohne es zu ahnen einen absolut grandiosen Gefallen. Er kam nämlich mit der Rechnung an und sagte »Excuse me, sir«. Dann erklärte er, es sei Schichtwechsel, ob ich so freundlich sei, die Rechnung gegenzuzeichnen. Damit schob er mir ein Blatt Papier hin auf einem silbernen Tablett. Es handelte sich um das etwas schief gedruckte, nichtsdestoweniger vornehme Rechnungsformular des Hotels. Handschriftlich waren das sogenannte Sandwich und die Getränke aufgelistet, die ich bestellt hatte, neben jeweils enorm beeindruckend aussehenden Beträgen in indischen Rupien. Und im Feld »Room Number« stand »Suite 501«. Jetzt würde sich zeigen, ob es stimmte, was der Typ am Flughafen gesagt hatte. Ich nahm den Stift, der dabei lag, kritzelte meine Unterschrift auf das Blatt, der Kellner bedankte sich und trug alles wieder davon. Es genügte also tatsächlich. Das haute mich um. Und das Rauschgoldengelmädchen hatte die Szene genau verfolgt. »Wow«, sagte sie und. »Ich will dein Zimmer sehen.« »Dann komm mit«, erwiderte ich mit einer Schlagfertigkeit, die ich normalerweise nicht an mir kannte. Worauf sie, ohne eine Sekunde zu zögern, ihre Freundin sitzen ließ und mit mir kam. Der Anblick der Suite plättete sie genauso wie mich kurz davor. »Das ist ja irre«, sagte sie immer wieder. »Wie kannst du dir sowas leisten?« Aus einem Impuls heraus behauptete ich, meine Eltern waren Milliardäre, sie sind vor einem Jahr bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen und seither reise ich in der Welt herum. Ich hob die Schultern und setzte ein betrübtes Gesicht auf. Ich hab so viel Geld, dass ich es in meinem ganzen Leben nicht ausgeben kann. »Echt?« Sie starrte mich so geschockt an, dass ich einen Moment lang überzeugt war, es übertrieben zu haben. Aber das hatte ich natürlich nicht. Heute weiß ich, in solchen Dingen kann man es nicht übertreiben. Im Gegenteil, je dreister eine Lüge, desto bereitwilliger wird sie geglaubt. Keine unbedingt neue Erkenntnis. Auf Basis dieses Sachverhalts sind schon ganze Imperien begründet und auch wieder zerstört worden. Doch in Umkehrung eines damals populären Ausspruchs könnte man sagen, ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für mich. Denn das Mädchen wurde nun richtig nett zu mir. Sie fand und inspizierte die Minibar, schlug vor, die darin befindliche Sektflasche zu köpfen, was wir auch taten, und fragte mir dann Löcher in den Bauch über meine Milliardärseltern und meine Reisen. Über meine angeblichen Eltern erzählte ich eher wenig, über meine Indienreise eher mehr, denn meine Fantasie war zu sehr damit beschäftigt, mir auszumalen, wie sie unter ihren sackartigen Gewändern aussehen mochte, als dass ich mir großartige Geschichten hätte ausdenken können. Mein Trip durch die Ashrams so zu erzählen, dass er nach viel Geld klang, war anstrengend genug. Als ich damit durch war, fiel mir zum Glück ein, den Spieß umzudrehen und sie auszufragen, und sie erzählte bereitwillig von sich. Sie hieß Sira, erfuhr ich neben allerhand anderen Dingen, die ich an dieser Stelle im Interesse des Erzählflusses überspringen will. Über all dem wurde es dunkel hinter den Fenstern, eins kam zum anderen, und schließlich lagen wir uns in den Armen und küßten uns. Kurz darauf hatte ich Gelegenheit, die Realität mit den Bildern zu vergleichen, die meine Fantasie hervorgebracht hatte, und musste einmal mehr feststellen, dass Fantasie nicht meine Stärke ist, nicht einmal dann, wenn es darum geht, mir Frauen nackt vorzustellen. Das Bett war weich, aber nicht zu weich, und groß, wenn auch nicht groß genug. Ich will hier nicht mit Zahlen protzen, doch man bedenke, wir standen beide im vollen Saft unserer Jugend, waren mit Hormonen gefüllt bis zu den Augäpfeln, die Nacht war heiß und die Situation aufregend. Sagen wir, ich machte das Beste daraus. Wobei nicht verschwiegen werden soll, dass auch sie sich Mühe gab, mich dazu zu bringen, meine persönlichen Bestmarken neu zu definieren. Jedenfalls, ich war redlich ausgepumpt, als wir irgendwann tief in der Nacht einschliefen. Doch, oh Wunder, als ich am Morgen wieder aufwachte, fühlte ich mich so frisch und energiegeladen, dass mir danach war, mit dieser bezaubernden Fee in meinen Armen gleich noch eine Nummer zu schieben. Und da dies die Zeit der Wunder war, brauchte ich sie nur zu wecken und voller Verlangen zu küssen und es zu tun. Ich hätte nie gedacht, dass ein Milliardär so sexy sein kann, meinte sie hinterher, als ihr Kinn auf meinem Brustkorb lag und sich unsere Schweißströme miteinander vermischten. Ich muss von einem Ohr zum anderen gegrinst haben, wie ein dicker, satter Kater. Ehrlich gesagt, bin ich bloß sexy, gestand ich ihr dann, aber kein Milliardär. Fatalerweise empfand ich nämlich das Bedürfnis, Ehrlichkeit und Offenheit zwischen uns einkehren zu lassen. Ich hatte die Nacht meines Lebens hinter mir und war bereit, dieser Frau, die ich unter so glücklichen Umständen gefunden hatte, bis ans Ende der Welt zu folgen und ihr treu zu sein in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod uns schied. Da durfte kein Falsch mehr zwischen uns sein, sagte ich mir. Syrah runzelte die Stirn. Was soll das heißen? Ich bin nur ein Glückspilz, der sich gern wilde Storys ausdenkt, erklärte ich und erzählte ihr die ganze Geschichte. Du Schuft, sagte sie daraufhin, und wenn ich heute an den Ausdruck in ihren Augen zurückdenke, weiß ich, dass ich schon in diesem Moment hätte ahnen können, dass sie das nicht spaßhaft gemeint hatte. Aber ich war so blind, wie einen die Liebe oder das, was man dafür hält, eben machen kann. Ich lachte, sagte, ich müsse mal pinkeln und kroch aus dem Bett, um ins Bad zu wanken. Dort entleerte ich meine Blase und untersuchte mein bestes Stück auf Beschädigungen. Es wies keiner auf. Ich würde, beschloss ich, uns ein Frühstück bestellen und danach würden wir einfach weitermachen. Doch als ich ins Schlafzimmer zurückkehrte, fand ich das Bett leer vor. Sie hatte sich in Windeseile angezogen, ihre Sachen geschnappt und war verschwunden. Es dauerte dann nicht zwei, drei Tage, bis die Fluggesellschaft anrief und mir einen freien Sitz in einem Flugzeug nach Deutschland bestätigte, sondern eine geschlagene Woche. Wobei es von mir aus noch ein Jahr hätte dauern dürfen. Ich hatte es nicht eilig, meine luxuriöse Suite zu verlassen. Zu Hause erwartete mich nur ein winziges, muffiges Dachzimmer, das neben meiner Unterbringung hauptsächlich dazu diente, düstere Möbel meiner Großeltern aufzubewahren, unansehnlich, aber noch zu gut zum Wegwerfen. Und eine Studentenbude würde auch nicht groß anders aussehen nach allem, was ich gehört hatte. Doch es dauerte eben nur so lange, wie es dauerte und schließlich saß ich in einem Flugzeug nach Hause. Erster Klasse immerhin, was den Abschied etwas weniger schmerzhaft machte. Dennoch, als ich zu Hause ankam und die Tür meines Jugendzimmers öffnete, wusste ich, dass mich diese Woche im Land des Luxus unwiderruflich verändert hatte. Aber nun soll es für heute genug sein. Ich will meine letzten Tage nicht ausschließlich in der Vergangenheit verbringen. Auch die Gegenwart muss zu ihrem Recht kommen, ist sie doch die einzige Zeit, die wir wirklich haben. Deswegen stelle ich den Computer nun beiseite und gehe schwimmen. Noch neun Tage. Heute habe ich den Computer gleich mit in den Frühstücksraum genommen, worauf die Frau, die mir das gemäß meinen Wünschen zubereitete Rührei brachte, scherzhaft meinte, so arbeitsam kenne ich Sie ja gar nicht, Herr Leunig. Ihr Name ist Cécile und sie kennt mich schon lange, von meinen früheren Aufenthalten hier. Wir flirten seit jeher ein bisschen und es hat mich bei meiner Ankunft vorgestern gefreut, dass ich mich immer noch hier arbeitet. Keine Selbstverständlichkeit im Hotelgewerbe. Gerade eben habe ich noch einmal gelesen, was ich gestern geschrieben habe und war angenehm überrascht, wie flüssig es sich las. Allerdings habe ich gemerkt, dass ein paar Dinge fehlen. Zum Beispiel habe ich vergessen zu erwähnen, dass, als Sira und ich aus der Bar in meine Suite kamen, man meine Kleidung schon wie versprochen gewaschen und gebügelt zurückgebracht hatte. Und zwar lagen die Sachen bereits ordentlich im Schrank, was mich, als ich es mit geraumer Verspätung bemerkte, sehr verblüfft hat. An solchen Details merkt man zweifellos, dass ich kein geübter Autor bin. Mehr oder weniger schreibe ich, wie ich erzählen würde, hätte ich jemanden, der mir zuhört. Wobei, Zuhörer habe ich viele gehabt in meinem Leben. Und ich habe auch viel erzählt. Doch das hat sich vorzugsweise in eingeschneiten Berghotels abgespielt, vor Kaminen, in denen das Feuer auf dicken Holzscheiten prasselte, während jeder Gast ein Glas glühenden Grocks in der Hand hielt. Und was ich bei solchen Gelegenheiten erzählt habe, waren meist erfundene Geschichten oder Erlebnisse anderer, die ich als meine ausgab. Denn das ist der Nachteil eines meditativen Lebens. Man hat nicht viel zu erzählen, das andere interessant finden. Die interessanten Erzählungen entstehen aus überwundenen Schwierigkeiten. Versteht man es, Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, fällt die erzählerische Ernte dünn aus. Mal sehen. Vielleicht bleibt mir am Ende die Zeit, das mit der Kleidung noch in den Text einzuflechten. Im Moment will ich mich nicht mit allzu viel Rückschau aufhalten, denn es bleiben mir nur noch neun Tage. Und es gibt viel zu erzählen, auch wenn ich mich auf das beschränke, was ich tatsächlich selber erlebt habe. Ich war also wieder in meinem Elternhaus. Die Reise durch Indien, die mir vorgekommen war wie eine kleine Ewigkeit, hatte gerade mal fünf Wochen gedauert. In Deutschland jedoch, zu Hause, hatte sich so gut wie nichts verändert. Der Rest meines freien Jahres bis zum Beginn eines eventuellen Studiums lag immer noch vor mir und wollte irgendwie gefüllt sein. Nach einer Weile schaffte ich es zumindest an den Wochenenden, mich aufzuraffen und Freunde aus Schulzeiten zu treffen. Viele waren es ohnehin nicht. Die meisten waren entweder bei der Bundeswehr oder studierten schon. Und so saßen wir oft nur zu viert oder fünft bei einem Bier zusammen, wie alte Männer am Stammtisch. Bei einem dieser Treffen erfuhr ich, was aus Karsten geworden war, auf den ich damals am Flughafen vergeblich gewartet hatte. Ich war davon ausgegangen, dass er einfach seinen Flug umgebucht hatte. Solche Dinge waren zu der Zeit anders als heute noch problemlos möglich und entweder früher heimgekehrt oder länger geblieben war. Tatsächlich war Letzteres der Fall, allerdings unfreiwillig. Karsten war nämlich in Indien wegen Rauschgifthandels im Gefängnis gelandet und sollte dort noch geraume Zeit verbringen. Zwar bemühe sich, die deutsche Botschaft ihm zu helfen, erzählte seine Mutter, aber das schien nicht viel zu bewirken. Jedenfalls sahen wir ihn erst einmal nicht wieder. Es hätte in dieser Zeit allerhand Dinge gegeben, über die ich mir hätte klar werden sollen. Zum Beispiel darüber, was ich denn eigentlich studieren wollte. Ich hatte keine Ahnung, wofür ich mich entscheiden sollte und das, obwohl die Auswahl, die ich mit meinem lausigen Zeugnis hatte, nicht einmal sonderlich groß war. Ich fühlte mich mehr und mehr außerstande, mich mit dem Leben abzufinden, für das ich vorgesehen war. Ich musste irgendetwas tun. Ich merkte aber auch, dass die Zeit bei Gertis Gurus nicht vertan war. Die Meditationen hatten etwas in mir geweckt, das schon immer da gewesen war und bislang nur geschlafen hatte. Ich war, um es salopp auszudrücken, schlau geworden. Nicht erleuchtet. Erleuchtet, das ist ein kühnes Wort, von dem niemand wirklich weiß, was es bedeuten soll. Womöglich dasselbe? Nein, einfach nur schlau. Wenn sie schlau sind, dann hören sie nicht dort auf zu denken, wo andere aufhören, sondern sie denken weiter. Und da ich nun auf einmal ziemlich schlau war, fing ich an, der Sache akribisch auf den Grund zu gehen. Das ist ein kühnes Wort. Das ist ein kühnes Wort.